So weit muss Bio gehen. Diese Rubrik wird Ihnen präsentiert von Hofer. Zurück zum Ursprung. Bio-Lebensmittel aus Österreich sind nicht nur gut für uns, sondern auch für unsere Umwelt. Denn bei der Erzeugung dieser Produkte wird genau darauf geachtet, dass unsere regionale Landwirtschaft unterstützt wird und dass nachhaltig gewirtschaftet wird. Zum Beispiel was den CO2-Verbrauch betrifft. Einer der größten Belastungen für unser Klima. Denn die Landwirtschaft ist weltweit für rund 33 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und deshalb ist es gerade in der Landwirtschaft wichtig, eine Landwirtschaft so zu betreiben, dass der CO2-Ausstoß sehr gering gehalten wird. Bio-Landwirtschaft bedeutet aber auch, dass mit unserer Kostwassenressource extrem sparsam umgegangen wird. Mit Wasser. Und wir versuchen überall den Einsatz von Wasser zu minimieren. Nicht nur, indem wir weniger Wasser verwenden, sondern indem wir eine Landwirtschaft betreiben, in der weniger Wassereinsatz notwendig ist. Nachhaltig mit Blick auf CO2 und Wassereinsparung. Das garantieren also österreichische Biobauern. Durch die Art, wie sie wirtschaften, wird aber auch die Biodiversität in Österreich gefördert. Das bedeutet eine Vielfalt von Lebensräumen, Tieren und Pflanzen. Zum Beispiel, indem wieder alte und vergessene Gemüsesorten angebaut werden. Denn Vielfalt bedeutet Leben. In Wirklichkeit weiß jeder Bauer, dass die Landwirtschaft nur Zukunft hat, wenn die Biodiversität, die Vielfalt, wenn die wieder gefördert wird und nicht mehr eingeschränkt wird. Wenn Sie heute ein Zurück zum Ursprung-Produkt kaufen, dann sehen Sie genau die Kennzeichnung. Und wir lassen das auch objektiv von Wissenschaftlern untersuchen, berechnen und das teilen wir Ihnen dann mit. Und das sehen Sie auf jeder Verpackung oben. Guter Geschmack, hohe Qualität und ein besonderer Blick auf unsere Umwelt. Damit Bioprodukte das erfüllen können, sind strenge Richtlinien notwendig. Und die werden bei Zurück zum Ursprung genauer als genau genommen. Und das kann man direkt auf den Produkten nachlesen bzw. kontrollieren. Entweder über den QR-Code auf den Lebensmittelregalen oder den Chargencode, der auf den Produkten steht. Ganz einfach und transparent. Durch bewusstes Einkaufen kann jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.